hallo und herzlich willkommen bei elabella fährt heute bin nur ich da bella und ich dachte machen wir mal wieder ein ausritt und zwar mit der leonie und dem sam ich glaube sam kennt ihr schon aus einem video aber leonie noch nicht ich habe mir mal versucht zu repainten hat nicht geklappt und jetzt geht es auch schon los mit dem video ich bin nur mit ihr ausreiten gegangen um ein bisschen zu labern weißt du wie du interessiert es denn schon weißt du diese angelina die ist in london wer fährt schon nach london auf klassenfahrt die ist wohl in keiner privatschule da fahren wir nämlich nach paris weißt du was ist das denn die kläglichen überreste von der ollen taler bockruine nichts neues für uns nicht sam oh man die geht mir langsam auf die nerven und dies meine besitzerin kommt ich will eigentlich gar nicht mit dir ausreiten wofür denn es lohnt sich doch noch nicht mal naja ich glaube jetzt bin ich hier ein bisschen geritten jetzt kann ich auch direkt auf die galopp hier kommt sam und wer hat aufwärmer funden ich will mit dir auf wie interessiert es denn schon ich war's hin ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr ich bin nur noch ein bisschen galopp geritten naja komm mischer du lama ich werde dir weiter ein neues pferd kaufen also wirklich warum bist du denn so einer komm sam das geht jetzt so wirklich nicht sonst muss ich dir auf dem hof wohl etwas mit der misstgabel schlagen was machst du da was machst du da habe ich gesagt sam bleib stehen sam bleib stehen bleib jetzt ruhig also was bist du drehst einfach so durch was bist du denn für ein pferd angelinas pferd nicht durch vielleicht behandelt stabil und ihre anderen Pferde einfach besser. Komm jetzt! Ich will kein Wort mehr von dir hören. Ich will kein Turm mehr von dir hören, bevor du jetzt nicht endlich losreitest. Sam! Sam! Sam, los, komm! Mann, Sam! Was ist denn mit dir los? Okay, ich geh jetzt mit dir nach Hause. Zurück auf Hufalltag. So, Sam, jetzt bist du in deiner Box. Warum soll ich dich absapfen? Du bleibst jetzt einfach da in deiner Box stehen. Hier, hier konnte ich mir, ich konnte mich für ein neues Pferd. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, drückt auf Abonnieren und aktiviert die Glocke. Also, wir würden uns selber ein Like und ein kostenloses Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!